Da steigt das Sieger aus! Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn man Interesse am Informationsaustausch zum Thema Radsport und Rennrad hat, also wenn man Fragen hat oder wenn man Wissen hat, dass man gerne anderen mitteilen möchte, dann würde es mich freuen, wenn ihr euch beim Aufbau einer Discord Community beteiligen würdet. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung.